Das Partygericht aus dem Dutch, Pfundstopp. Zuerst legen wir das beste Backpapier der Welt aus. Bacon. Mindestens ein Pfund. Dann ein Pfund. Kasseler klein gewürfelt. Dann Paprika. Wie viel? Ein Pfund. Dann noch ein Pfund. Rindergulasch. Dazu noch ein Pfund. Schweinegulasch. Dann obendrauf noch wie viel Zwiebeln? Ein Pfund. Na, wer hätte das gedacht? Eine Dose ganze Tomaten. Für die Soße gehackte Tomaten, Sahne, Barbecue-Soße. Dann geräucherte Paprika, Paprika-Rosen-Scharf, Salz, Pfeffer. Dann einmal ordentlich in Rotation bringen. Dann kann die Soße auch schon zu dem Rest in unserem Dutch Oven. Dann schnüren wir das Paket. Nach zwei Stunden legen wir noch Hackbüllchen nach. Wie viel? Ein Pfund. Richtig. Nach insgesamt drei Stunden ist der Dutch dann fertig. Sieht herrlich aus. Ich weiß doch, du willst es doch mal sagen. Dann raus. Ein Pfund. Passt. Viel Spaß beim Schlemmen.